Die Zornesfaltenbehandlung mal jetzt von einer anderen Perspektive, was wir zeigen, ich denke, das kann man gut erkennen, das sind die beiden Augenbrauen. Und die Behandlung, da wird der kleine Muskel mit der Injektion in der Muskelkraft etwas geschwächt, sodass man trotzdem nach ungefähr zehn Tagen hier das Ergebnis sehen kann. Und allerdings, das ist das Wichtigste für uns, dass man die Natürlichkeit behält und dementsprechend eine leichte Mimik noch hat. Aber trotzdem diese Falten halt am Ende dann verschwinden. Und dafür ist die Patientin auch bei uns und möchte, dass sie wieder einen freundlicheren Blick hat, das ihr bisher gefehlt hat.